Der Weltraum. Unendliche Weiten. Dies sind die... Oh mein Gott! Der unglaubliche Matt setzt seine furchtbare Mutantenkraft ein. Dies sind die Abenteuer des Randall Hicks. Das Leben hält für jeden von uns ein paar nette Überraschungen bereit. Tragische Verluste, neue Freunde, Verrat. Aber wünschten wir nicht alle manchmal, wir könnten zurückgehen und den einen oder anderen Fehler ungeschehen machen? Nur ist ausgerechnet der Typ, der diese Chance bekommt, ein soziopathischer, kleptomanischer, nichtsnutziger Vollidiot. Oh, hast du den gekillt? Ja, ja, lass mal stecken, okay? Ich bin tot. Ich würde dir einen guten Tag wünschen, aber sicher hast du schon festgestellt, dass an diesem Tag nichts Gutes ist. Nicht mal einen Tag schafft er umzukriegen und dabei ist nicht mal Murmeltiertag. Wie? Was? Wollen Sie mir erzählen, dass heute Montag ist? Heute ist kein Feiertag, heute ist Montag. Montag, 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 Montag. Du bist verflucht! Möge die Macht mit ihm sein. Kein Wunder, dass du eine interdimensionale Bresche geschlagen hast, die das ganze Universum vernichten wird. Ja, der war gut, oder? Sag mir, Randall Hicks, was ist die allergeilste Science-Fiction-Saga aller Zeiten? Sagtest du gerade allergeilste? Randalls Monday Ich glaub's nicht. Bist du das, Morty? Bezahlst du eigentlich irgendwann mal deinen Teil der Miete? Verdammt! Der Bastard ist einfach zu schlagfertig.